Musik Gut. Ja, ihr nähert euch jetzt der Ruine. Vor euch ist das, was früher wohl die Eingangstür war. Ja, gut, dann immer mal mutig voran. Ja, Uriah, bitte. Ja, die Fackel. Habe ich doch gerade gesagt, mutig voran. Ich halte die Fackel. Ich habe eine Wichtel mir aufgenommen. Die Ländleuchte. Das ist doch gerade die Ländleuchte. Gut, ihr tretet ein und kommt rechts und links in Mauern, die aber auch schon recht eingestürzt sind. Vor euch seht ihr drei, vier Stufen einer Holztreppe, die dann aber ins Nichts führen, weil sie weggemodert oder morsch ist. Ist es aber jetzt nicht irgendwie Fußboden, wo man gleich durchbricht? Nein, du fühlst unter dem Schlick Festes. Also es scheint vielleicht ein Steinboden oder sowas gewesen zu sein. Wenigstens etwas. Die Treppe geht nach oben oder nach unten? Die Treppe, die ihr vor euch setzt, geht nach oben. Gibt es da was, was nach unten führt? Ja. Vielleicht hat das früher mal einen Keller gehabt. Das wäre doch der Ort, wo sich so ein Kult sicherlich einlisten würde. Dann suchen wir mal weiter im Haus. Ihr geht den Flur entlang. Rechts und links sind immer mal wieder Durchgänge in der Mauer. Aber ihr könnt auch über die Mauer gucken. Da waren dann Zimmer wohl dahinter. Zu welchem Zweck die dort waren, könnt ihr nicht mehr erkennen. Hier und da wachsen sogar schon Bäume hervor. Aber nichts mit irgendwelchen Hinweisen darauf, dass Leute da irgendwann nochmal gelebt oder was getan haben. Und dann sieht das nicht so aus. Er geht noch ein Stück weiter und kommt dann an einen Durchgang. Und da dahinter scheint tatsächlich eine Treppe nach unten zu führen. Das ist wahrscheinlich etwas so relevant hier. Aber das steht unter was alles, richtig? Wenn du näher kommst, siehst du tatsächlich fünf bis sechs Stufen. Dann kommt eine Wasserfläche. Ja, wir markieren das auf der Karte und lassen jemanden herkommen, der gut tauchen kann. Nicht so schnell. Vielleicht habe ich etwas. Manche, wir sollen zurückkommen, ist dumm. Innenblick kramt in der Tasche und holt das Muschelhorn hervor. Kann jemand damit umgehen? Ich bin nicht besonders gut im Musizieren. Gib doch mal her, Muschelhorn müsste doch machbar sein. Wie so ein Nebelhorn-Ding. Ja, diese Muschel. Wäre eine Musizieren-Probe. Okay, zugegebenermaßen, das hatte ich immerhin ein bisschen. Es hätte mich ja gewundert, wenn du mit... Keine Ahnung. Nein, ich sag's nicht. Wenn ich von Schluck mit Blasen keine Ahnung hätte, wäre... Ja, die keine... Ja, aber Musizieren müsstest du hinkriegen. Stimmt. Möchtest du es vielleicht lieber probieren? Ich habe noch ein bisschen ein Trauma vom Kazoo, aber ich probiere es. Nein, nein, das ist ein ordentliches, effortgefälliges Instrument. Das macht nicht so einen Schwachsinn. Ja. Das ist okay, das ist nicht so. Ja. Das ist sie. Nein. Das ist... Ja. 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 Juhu. Vier Punkte übrig. Vier Punkte übrig. Na gut. Es ist zwar... Ja, wenn man es besser könnte, können wir vermutlich auch in der Tonart variieren. Aber es kommt ein klarer Ton raus. Sehr gut. Es muschelt sehr schön. Und vor dir aus dem Wasser... Also wenn du nach unten guckst, wo die Stufen sind, erhebt sich dann tatsächlich eine Gestalt, aus Wasser geformt. Ja. Ähm. Kleine und längere Wellen scheinen Haare zu formen. Uh. Edle Herrin, ihr habt mich gerufen. Wie kann ich euch dienen? Du mit dem Wasser. Wie schön. Sie blickt allerdings weit hinter dir. Ich glaube... Was ist das? Ähm. Das ist ein Wasserelementar, der an das Horn gebunden ist. Ähm. Ich dachte, es könnte uns hier hilfreich sein. Ah. Oh. Werte Geisteswassers. Besteht es in deiner Macht, uns die Fähigkeit zu verleihen, dein Element zu atmen, als wäre es Luft? Ähm. Das könnte ich tun, natürlich. Für wie lange und mit welchen Nebenwirkungen? Nun, äh, euch würden Kiemen wachsen. Ich könnte euch Kiemen wachsen lassen. Hm. Warum? Was ist euer... Verlocken. Wir würden gerne dort hinuntertauchen und den Unter... Oh, da könntest du runterschwimmen und schauen, ob dort eine schwarze Vase steht. Ist das euer Wunsch? Nicht nur Schal. Du meintest sie gebracht haben. Nicht nur Schal. Nicht nur Schal, sondern auch Hochbring. Ah. Durchsuche diese und die beiden benachbarten Inseln einem Norden und dem Süden die unter Wasser liegenden Teile nach einer schwarzen siebenseitigen Urne und bringe sie her. Mit dem Deckel drauf. Servo. Dies ist mein Wunsch. Sie verschwindet. Also es ist wirklich so, als würde es in sich zusammenfallen. Ich schaue ihr eben einen Blick an. Oh, haben wir das nicht früher gemacht? Ja, das ist ein guter Punkt. Ähm. Ich habe so eine Befürchtung. Außerdem, äh, wir haben nicht viele Wünsche. Es versteht dich besonders gut... ...Garetti? Nein, nein. Ähm, wir haben jetzt nur noch maximal einen Wunsch, dann... Ah. Ja. Ja. Es dauert eine ganze Weile und plötzlich erhebt es sich wieder... Gutformulierter Wunsch. Ja, das von euch gesuchte Gefäß ist da unten. Allerdings kann ich es nicht berühren. Oh, magst du erklären, warum du versagt hast? Ooooooh. Einen besonderer Widerwille zwingt mich ... ... davon abzusassen. Gehabt euch Wohl. Und die weibliche Gestalt fällt wieder in sich zusammen. Das nenne ich mein bestes Wort. Das ist eine Pissfletsche. Was? Schade, dass wir nicht wissen, wo es gefunden worden ist. Aber es ist zumindest hier. Das ist schon mal gut. Gut, die Sache mit dem Unterwasseratmen. Es gibt doch eigentlich die Türkei dafür, oder? Kann man die auch auf eine andere... Du bist das nur wichtig. Ja, ich weiß das. Ich weiß es nur, Rote, nicht, Leute. Kann ich mal nachschauen, ob Wasseratmen hier drin steht? Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Das ist eine gute Idee. Da kam gerade ein guter Idee aus dem Publikum. Wir können noch einmal in das Horn. Es wurde gefragt, ob der Wasserelementar nicht den Keller hätte trockenlegen können. Wenn es in dem Keller gewesen wäre, wäre vermutlich eine gute Idee gewesen. Aber wie Meire ja so schön formuliert hat, hätte ja auch auf einer anderen Insel sein können. Beziehungsweise ein langes bisschen. Nein, nein, nein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Wasserredner gesagt hat. Ja, das Gefäß ist hier. Ah. Okay. Ja, okay. Könnte man schon. Selbst? Ja. Welches Buch ist das? Das ist die? Ja. Ja, also das wäre schon. Also ich könnte es vielleicht, ich könnte vielleicht Herrn Effert bitten, dass er mir für kurze Zeit hilft, unter Wasser zu atmen. Was heißt kurze Zeit? Ja, also ich sag mal, wenn ich ein paar Minuten halt. Wie groß kann der Keller dieses Hauses sein? Ich weiß, ich weiß, es sind berühmte letzte Worte. Das ist ein ziemlich großes Haus. Wenn ihr ein Unheiligtum drunter vermutet, dürfte der Keller nur der Startpunkt sein. Nee, 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 nee. Ich möchte ja nicht. Aber ja, ist klar. Aber was ist die Alternative? So einen Keller trockenlegen wäre auch eine Möglichkeit. Ja, ja, wir können das Wesen nochmal rufen und es bitten, einen Weg zwischen uns und dem Gegenstand trocken zu legen. Und so lange trocken zu legen, bis wir wieder raus sind. Mit dem Gegenstand. Mit dem Gegenstand. Genau. Das ist, ja, das. Das klingt doch, das klingt immer gut. Gib doch mal das Muschelhorn. Und nachdem es den letzten Worte eigentlich nicht erzielt hat, ne? Mhm. Ich finde auch, das hat versagt. Das gilt nicht. Das gilt nicht. Das gilt nicht. Das gilt nicht. Klippo, ich bin frei. So. Ja, es scheint so, als würde es diesmal etwas länger dauern. Auch dann erhält sich wieder dieser Elementargeist, der die Form einer Frau gewählt hat. Entschuldigung, dass ich ein solches grauenfohlen Lärm erzeugt habe. Normalerweise passiert mir das nicht. Was ist euer Wunsch, Herrin? Mächtiger Geist des Wassers. Ich wünsche mir von dir, dass du einen für mindestens ihn ausreichend hohen und breiten Weg durch das Wasser für uns trocken legst. Zwischen uns und dem Gegenstand, den ich beim letzten Wunsch beschrieben habe. Und diesen auch trocken hältst, bis wir mit dem Gegenstand wieder hier angekommen sind. Ist das alles? Gut. Wie ihr wünscht. Und? Was noch? Ne. Ja. Habe ich was vergessen? Sie fällt wieder in sich zusammen. Und wie sie mit sich zusammenfällt, singt auch der Wasserstand. Jetzt ist es nur noch Musikinstrument. Nein. Es hat noch, aber die sind nicht für uns, die Wünsche. Ja. Danke. Hä? Das erklärst du mir immer bei Gelegenheit? Es führt das Kollegium lukrativer auf. Ja, ich erkläre es dir. Mit Toscha wird sich freuen. Lass uns mal dann jetzt, ja. Ja. Ja, also die Stufen führen hinunter. Und ihr kommt dann in einen, bitte? Ich gehe vorne weg. Ja. Ihr kommt dann tatsächlich in einen etwas größeren Kellerraum. Beziehungsweise, ihr vermutet das etwas größer ist. Denn tatsächlich ist der Weg, der frei ist, so anderthalb Schritt, sodass ihr bequem hintereinander durchgehen könnt. Rechts und links von euch ist tatsächlich eine Wasserwand. Und dahinter könnt ihr halt verschwommen die Wände erkennen. Und... Ich stell dir vor, mir Toscha hätte hier durchgemusst. Der Weg führt zielstrebig in eine Ecke dieses Kellerraums. Und es sieht etwas seltsam aus. Denn es ist tatsächlich so, als wäre die Wand nach innen geklappt. Und intakt wäre das wohl irgendein Geheimzugang gewesen. Aber jetzt steht er offen. Und da führen dann wieder Stufen, die jetzt nicht mehr gemauert, sondern tatsächlich eher in den Stein gehauen werden. Weiter tiefer nach unten. Auch da ist alles wasserfrei. Ihr könnt sogar die Wände berühren, die recht feucht sind. Auch hier, da tropft es noch. Ihr merkt wieder, wie dieses Gefühl der Bedrohung stärker wird. Ganz ruhig, Lernbeck. Ich würde normalerweise sagen, tief atmen. Aber hier riecht es wirklich nicht gut. Also ich habe nur in Flüsse geschwommen als jung. Nicht in das Meer. Ja, also ihr geht recht tief nach unten. Nuria wird klar, so lange hätte Effat ihr den Segen wohl nicht gegeben. Und als er dann endlich unten ankommt und ein gerades Gangstück, der auch komplett trocken ist, also hier und da sind die Wände natürlich feucht. Auf dem Boden hat sich Schlick angesammelt. Hier und da haben sich kleine Muscheln an die Wände gesetzt. Es ist etwas beklemmend, da du gerade mal aufrecht stehen kannst. Schon kein Problem. Hier passiert an der rechten Hand auch ein Durchgang. Allerdings befindet sich da auch eine Wasserwand. Aber das ist irgendwie cool. Ja, also du kannst deinen Arm hineinstrecken oder deine Hände. Nico, können wir sowas bitte auch mal auf Korn machen? Das ist cool. Ja, also man könnte in den Raum hineintauchen, aber da er nicht trocken gelegt ist, hat er wohl... Das ist ja blutig nicht unser Ziel. Genau. Also gehen wir weiter. Du bist vorne. Ja. Du achtest hauptsächlich an auf den Weg vor dir. Aber und springt jetzt nicht irgendwie der Hai aus. Als dein Fuß an etwas stößt. Als du nach unten blickst, siehst du einen Körper total aufgedunsen, aufgeschwemmt. Und das wirklich Gruselige daran ist, einer der Arme endet in einem Tintenfisch-Tentakel. Ähm... Schämtasche. Dir... Was? Dir ist klar, als du dann den Körper siehst. Es ist recht ungewöhnlich, dass eine Wasserleiche unter Wasser so aussieht. Also er sieht relativ frisch aus. Also normalerweise sorgen ja Krebse oder irgendwelche Fische relativ zügig davor. Aber der war so charyoptik, dass er noch nicht mal einen Krebs annagen wollte. Wäre eine Vermutung, ja. Aber so vom Auflösungszustand, so außer dem Krabbenzeug oder so. Er sieht ja wie ein Ertrunkener aus, der dann angeschwemmt wird. Vielleicht, du würdest mal schätzen, er sieht vom Verwesungs-Stadium aus, als wäre er vielleicht mal fünf bis sechs Tage im Wasser. Und hat er Kiemen oder sowas, wenn er schon Tentakel hat? Ich meine, was macht er hier unten? Nein. Er hat wirklich bloß diesen einen Arm, der in den Tentakel ausläuft. Mhm. Passiert das mit Leuten, die hier unten rumlaufen? Ich hoffe nicht. Ja, ich hoffe nicht. Aber es spricht auch dafür, dass das Unheiligtum noch benutzt wird. Wenn ja noch solche Leute herum... Und außerdem... Ich will nicht wissen, wie er zu Toto gekommen ist, aber das treibt mich zur Eile an. Ja, weiter. Ja. Wir steigen über den Tentakelmantel. Schnell drüber. Der Gang biegt dann auch leicht nach rechts ab. Er kommt immer wieder an so kleinen Bögen vorbei. Also so Durchgänge. Dahinter auch wieder immer eine Wasserwand. Ja, aber ich gucke da ein bisschen immer so... Ich denke, gut, also wenn jetzt hier schon ein Toter war, wer weiß, was da noch rumlungert. Mhm. Ich bin doch ein bisschen... Ich bin doch ein bisschen paranoider. Ich laufe schon hinter dir her, aber du läufst ja vor mir. Ich habe die Zeit nach links und rechts zu gucken. Ähm... Es ist umwundet... 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 Umwindet sich... Um... Na ja, gut. Verziert mit... Verziert mit... Mehreren Tentakel, die ineinander verschlungen sind. Und da hinter scheint ein etwas größerer Raum zu liegen. Ähm... Sind die richtig... Mit oder ohne Wasserwände? Ähm... Die... Du... 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 Also hinter dem Raum scheinen auch noch Wasserwände zu sein, aber... Da in einem Pfad führt durch. Also, wir sind im Keller eines ehemaligen Handelsherrenhauses und da finden wir Tentakelverzerrungen. Ja. Sehen die so aus, als wären die nachträglich angebracht worden oder so? Alt wie alt ist der Rest auch? Ähm... So wie der Rest auch. Also, es scheint schon länger hier unter Wasser zu sein. Großartig. Dann ist dem sein Handelshaus völlig zu Recht untergegangen und vernichtet worden. Danke, Herr Ernest. Ja. Ähm... Betretet ihr den Raum? Klar, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Gut. Die zwei bewafften schon voran? Ja. Ihr schmeißt uns wieder raus, wenn wir zusammenbrechen. Wir gehen zuerst. Ja. Gut. Es ist ein, wie er schätzt, quadratischer Raum. Und... Es ist etwas ungewöhnlich. Wir müssen ja da durch. Ähm... Also rechts und links von euch sind an den Wänden dann auch wieder so Wasserwände. Allerdings jetzt auch etwas breiter. Und vor euch führen Stufen in ein Becken und auf der anderen Seite wieder raus. Das... Das Becken ist leer. Aber man kann nicht drum rum, man muss durchs Becken durchgehen. Und da steht auch noch Wasser drin, schätze ich mich. Nein, da steht kein Wasser mehr drin. Achso, naja, dann können wir das ja machen. Äh... Du kennst ähnliche Becken aus Esha-Tempel, beziehungsweise auch da aus dem Raya-Tempel. Die virtuelle Waffe. Genau. Also ein richtig echtes Unheiligtum so. Richtig. Nett. Gemütlich. Vermutlich... Alle Anlehmlichkeiten, die der Partierer so braucht. Mit unheiligem Wasser und so vermutlich. Ja, ja, ja. Hat man doch gern. Oh, was für ein... Zurecht. Ich gehe ein bisschen... 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 Oder am Rand gelassen. Nee. Ja, was? Nein. Ja, gehen wir einfach da durch. Am Rand können wir ja nicht. Hm. Ja. Ähm. Ja. Ähm. 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 Ihr geht nach unten, wieder nach oben. Und ähm, da ist dann auch wieder ein großer Durchgang. Ähm. Recht zumindest des Durchgangs könnt ihr noch, äh, ganz verrostete Metallangeln sehen. Also hier war wohl, äh, mal eine Tür angebracht, die aber schon weggeschwemmt und vermodert ist. Gott, ich habe euch halt echt angeln gedacht, als du es gesagt hast. Nein. Die angeln da nicht. Und ähm, ähm, dahinter ist ein wirklich großer Raum. Ihr könnt die, die Ausmaße nicht abschätzen. Denn eben nach, äh, also der, der Gang auf, der, der Weg auf den ihr benutzt, ist vielleicht zwei, zweieinhalb ein bisschen Schritt lang. Und dann fangen eben wieder diese Wasserwände an. Mhm. Der Wassergeist, oder der Wasserelementar hat wohl wirklich bloß das Nötigste, um den Weg frei zu machen, getan. Ähm. Rechts und links von euch ragen aus der Wasserwand heraus steigende Sitzbänke. Mhm. Und, äh, die laufen auf ein, wie ihr im Dunkeln sehen könnt, ein großes Gebilde, eine Statue zu. Könnt ihr aber von dem Standpunkt noch nicht ausmachen. Ja. Ich hab die Laternen höher. Ich hab da ganz schlimme Befürchtungen, ja. Geh langsam darauf zu. Könnt man nicht Licht bisschen mehr hell machen? Und fühlt sich schon so richtig schön schaurig an. Bisschen mehr... Du kannst ein bisschen heller drehen. Achso, ja. Und, äh, wie du heller drehst, siehst du auch eine, tatsächlich eine Statue mit mehreren Tentakeln. Ja. In der, äh, ein Tentakel hat ein Boot oder ein Segelschiff fest und klammert. Ein anderer Tentakel, äh, zerbricht gerade einen Dreizack. Frank, das geht nicht. Ein anderer, äh, ein anderer Tentakel, äh, erwürgt, äh, erwürgt gerade einen Delfin. Na, großartig. Und, ähm, die Tentakel laufen zu einem Frauenkörper zusammen, der sehr, sehr hübsch ist, vielleicht hier und da mit Muscheln verziert. Und, äh, das Gesicht, die Haare laufen auch im Tentakel wieder aus, äh, zeigt eine herablassende Güte. Vor der Statue ist ein Podest, das allerdings leer ist. Wie, geht der Gang durchs Wasser noch irgendwo weiter, oder? Äh, er führt auf dieses Statue zu. Und dann endet auch der Raum. Hm. Also muss die Wasser da vorne sein. Ah, oder im Sockel oder sowas. Ähm, wer geht hinten? Vermutlich ich. Äh, wer du, oder? Dann, äh, wer... Witz, falls nicht vorne. Haben wir gesagt. Gut. Dann mach du mal eine Sinnschärfprobe und ich mach mal eine für Ihren Blick. Hm. Aber richtig schön wie die tiefe Tochter, wie sie lebt und lebt. Hm. Okay, mein Glück. Er ist, äh, total fasziniert von der Statue vorne. Ja. Ähm. Qualitätsstufe 1. Qualitätsstufe 1. Nein. Immerhin. Du hörst hinter euch ein... Und etwas, das sich wie ein Schlurfen anhört. Und wieder ein... Und das Schlurfen... Ich drehe mich um und sage... Ah! Noch kannst du nicht sehen... Ähm... Da kommt was. Ihr seid kurz still und hört dann auch diese... Und Schlurfen... Okay. Sollen wir Plätze wachsen? Ja. Und die... 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 Ich mache ein Schlurfen-Marschauer und ihr haltet auf, was immer da kommt. Gut, äh... Ich ziehe Nuri ja mit. Ich weiß es ist ekelhaft, aber komm bitte. Wenn ihr sich auf den Altar zu bewegen, wird es natürlich bei euch etwas dunkler. Ähm. Ähm. Eieiei. So, dass sich eben der Lichtkegel nach hinten verschiebt. Und... Ähm. Ist... Grade so... Ähm... Ist Ulf gar nicht ein Magier? Ja. Ganz auch sicher. Es ist doch technisch quasi nicht. Aber es wird technisch nicht gefangen. verraten, an dich hast du in Havena gezogen. Ja gut, es ist gerade so, ich sehe als Krieger aus, die haben mich so durchgelassen. Ich weiß, aber ich kenne dich ja. Es ist so, ihr beiden erreicht den Altar oder diesen Zockel und ihr weicht mit dem Licht ein paar Schritt zurück und seid jetzt gerade noch so im Lichtkegel und seht dann, wie sich aus der Dunkelheit dieser Leichner mit dem Tentakelarm hervorschleppt und auf euch zuwankt. Großartig, Untote mit Tentakel. Ich hasse Untote und jetzt hasse ich mehr als Fruchtstab. Felsorge. Das ist ja nur einer. Was tut ihr? Wir schauen uns den Sockel und die Statue an und suchen nach einer siebenseitigen Vase. Ich wollte sagen, wir beteiligen Beteiligung. Okay. Die zwei. Tja dann. Ja gut, wenn, wenn, also ihr, ihr stahlt, gut, dann hat, äh, kommt die Wasserleiche an euch ran und hat dadurch den ersten Angriff, wenn ihr nicht so vorstört. Seid doch echt der Helden. Oh je, ja, der Tentakelarm hebt sich fast lang, also Zeitlupen langsam, es ist ein leichtes für dich, dich wegzubewegen. Nein, ihr werdet dran. Ah, ah, schreckliche Angst. Die Zauberin, ein Frigifaxus. Das ist so wie Igifaxus, nur mit dem Eis. Mhm. Also im Zweifaxus, wenn es mehr abtauft, können wir ja durchaus um den Sechs, neun, ja. Schutz. Ja. 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 Offenbar. Hast du ein Glas Wein, das kann ich sehen. Nein, ich glaube, hier ist jede Menge besser. Wie viel? Wie viel? Äh, ach so. Den Schaden. Wir haben elf gerade. Nein, nein, ich meine, wie viele Würfel brauchst du mal? Der Wunderach noch. Zwei bis sechs Schaden plus Qualitätsstufe mal zwei. Ah, vorhin. Und was Qualitätsstufe? Ähm. Ich hatte ziemlich viel eingespart. Du hast ziemlich viel eingespart. Dann zwei Punkte auf den Schaden noch dazu. Das sind das sieben, neun. Mhm. Da war das geklärt. So. Ja, ähm, ja, der, 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 der Eisstrahl trifft, ähm, du siehst, wie, äh, wie, äh, der Leichnam wankt und schwankt. Du hast ja richtig reines, äh, Element quasi gezaubert. Gut, was tust du? Ich hieb meine Axt hoch und sag, mach mich stolz, Sturmblut, und gleich verahnen. Lass ihn verspringen. Ja. Na ja. Aber vielleicht nicht getrunken. Ja, also als du zuschlagen willst, äh, macht der Leicher eine zuckende Bewegung durch den Eisstrahl und, äh, dein Schlag geht leider ins Leere. Also als ich noch am Leben war, ich würde treffen, aber leider nicht. So, ähm, ja. Es hat sich bewegt. Ihr am Sockel seht, also er ist, der Sockel ist nicht besonders groß, ähm, ist, ist eigentlich nur ein schlichter Steinquader, ähm, in der Mitte ist eine kleine Vertiefung, ähm, du hast die Kanope ja schon mal gesehen, du würdest sagen, okay, da würdest sie dann, wenn sie drinsteht, sicher stehen, sodass sie nicht groß wackelt, aber, äh, da ist nichts. Ich gehe zu der Statue und so ein bisschen davor, dahinter. Ähm, zwischen Sockel und Statue siehst du einen etwas größeren Schlickhaufen mit, mit Algen und ähnlichen Überwuchert. Ja, so, so, so wie du das Geräusch hast, äh, dementsprechend ist der Geruch, der dieser Muria? Ja. Also, er hatte einen festen Kern, der Schlickhaufen. Ähm, du müsstest ein bisschen tiefer bohren. Es ist nur Schleim, das ist guter Meeresboden. Nein, das ist schlechter Meeresboden, egal. Ja, du merkst, irgendwann stößt du, da ist irgendwas. Aha. Also, ich versuche zu gucken, ob das vielleicht kanuppenförmig sein könnte. Das werden wir gleich aussehen. Kommen wir zu dem... Da, da, da. So. Meanwhile. Ja, der... Diesmal, äh, würde dich der Tentakel tatsächlich packen. Du kannst jetzt versuchen, entweder zu parieren oder auszuweichen. Das sieht doch gut aus. Ja. Kannst du ausweichen? Ne, aber parieren. Ah, kannst parieren. Okay, gut. Dann zeig ihr einmal rein. Bitteschön. Das gleich nochmal. Das gleich nochmal. Ja. Gib's den, los! Ne. Ne. Diesmal nicht. Ne. Ne. Diesmal nicht. Ja, nochmal Stacia. Ne. 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 井 Tentakel! Fühl ist azel. ungst. Also es kommt eine schwarze Oberfläche zum Vorschein. Ich glaube, das könnt ihr vielleicht. Ich habe zuовор (-e schon mal was Schwarzes gefunden. Vielleicht ist es ja die Casaope. Uh, sind rote Zeichen dran? Moment. Das kann ich jetzt so nicht sagen. Das kann ich jetzt so nicht sagen. Es ist irgendwas eingeritzt. Aber, ob die jetzt rot sind? Wir zerren jetzt erstmal aus der Ecke raus. Schwierig. Ich zieh ja nur Reas­ulizid an. Okay, ja es ist wirklich, sie steckt ziemlich fest im Schlick und es macht auch wieder ein schmatzendes Geräusch, als sich dann die Kanope aus dem Untergrund löst. Es ist eine Kanope. Ha, das war nicht verraten. Der Deckel sitzt. So, kommen wir wieder zu dem spannenden Kampf. Steff, du musst das mit dem anderen Ton verstehen. Oh, Entschuldigung. Oh, ein spannender Kampf. Danke. Er würde wieder versuchen, dich mit dem Deckel, diesmal trifft er. Diesmal trifft er. Gut, dann jetzt ein Kraftakt bitte, allerdings erschwert um eins. Er versucht, dich ranzuziehen. Das schafft er auch. Das heißt nur, dass du näher dran bist, um ihn zu verprügeln. Du siehst, wie er seinen Kiefer aufklappen und zwei rein Zähne entblößt und versucht, dich jetzt zu beißen. Ja, aber das klappt nicht so ganz. Er verbeißt sich in deiner Rüstung, aber du merkst davon nichts. Was meinst du mit zwei Reihenchen, äh, äh, oder du hattest noch mehr? Ach, schön, ja, doch so nett. So, du darfst aber was tun. Ja, ich suche ihn irgendwie super rein. Hau den Tentakel. Oder das Tentakel. Ja. Los. Ja, sechs. Wir wollen Tentfischringe zum Abendessen. So, sehr gut. Also du würdest treffen. Und er ist auf ihm konzentriert, also er kann nicht parieren. Ja. Und, ähm. Also Hiebwachen, Sturmblut. Äh, na, wo haben wir denn? Ah, da. Oh Gott, was? Jetzt müsste ich gucken, was eine Axt an Schaden macht. Also Sturmblut ist ja eine besondere Axt. Ja, dann, äh, genau, zwei W6, äh, plus vier. Ja, ja. Sieben. Sieben, immerhin. Immerhin, genau. Die Tentakel fällt ab. Komm, das ist ja nur ein Todes-Tentakel-Ding. Wie stabil kann das schon sein? Okay, warte, warte mal. Nein, es ist tatsächlich so, du triffst so geschickt, also ihr habt ihm auch schon recht viele Lebenspunkte abgezogen. Äh, du schaffst es tatsächlich, den Tentakel-Arm abzutrennen, sodass du wieder frei bist. Du hast jetzt natürlich noch einen Tentakel, der sich um deinen Arm bindet und sich hier auch an deinem Handgelenk festgesaugt hat. Ja, ein Souvenir. Hübsch. So, ja, ihr habt das Gefäß herausgeholt. Ähm, was tut ihr jetzt? Dann drehen wir uns um und gehen wieder zu Ihnen. Ja. Ja. Ich glaube, wir haben es gefunden. Ja, wir müssen doch was rauskriegen. Ich leuchte, nur ihr Held. Ich trag für dich deinen Effertband. Weil, wisst ihr ja, wie ich total vergessen habe? Im Blick. Im Blick. Das macht nix. Der hat sich da wahrscheinlich irgendwo bei uns aufgehalten. Der steht daneben und darf nicht zaubern. Ja. Der ist ja noch auf seiner Buß-Queste. Ja. Oh. Wir hätten jetzt ihn nicht verpetzt, wenn er gezaubert hätte. Also hat er auf dem Glück gar nicht gezaubert. Aber im Blick darf doppelt nicht zaubern. Er ist ja auch noch auf der Buß-Queste. Ja, er darf wirklich nicht zaubern. Der steht ja auch mal die Figur auf. So. Okay. Ich halte... Der Untote versucht jetzt halt einfach so nach dir zu schnappen. Aber das gelingt nicht. Du eh. Flussschlamm. Brachtwasserschlamm. Schleim. Der Axt. Nee. Ausgekriechen, ja. Aber ich treffe nicht. Du treffst nicht. Okay. Kein Potzer. Nochmal. Oh ja. Sehr gut. 2-3-6. Bis hier. Diesmal könnte er versuchen abzuwehren. Okay. Aber nein. Aber nein. Sehr gut. Was hat er gewürfelt? 1-6. 1-6. Dan-dan-dam. Juhu. 7. Das genügt völlig mit einem mächtigen Schwinger. Du musst dabei... Deine Klinge berührt dabei die Wasserwand. Zerschneidet diese ein bisschen und du schlägst dem Untoten mit einem Lieb seinen Haifisch bewährten Mundwerk und Kopf damit ab. Und kaum ist dies geschehen, zackt auch der Körper in sich zusammen. Die Tentakel, ne? Jetzt fühle ich mich besser. Ne, der ist noch an deinem Arm festgesaugt. Weiß zurück! Ne, den reiß ich dann ab. Es ist recht schmerzhaft. Du kriegst tatsächlich einen Schadenspunkt. Und hast natürlich hier am Handgelenk so eine Reihe schöne Blutbüsse. Ich hoffe, die sehen wir dann auch in drei Wochen. Ne, die seht ihr nicht. Das ist ja auch schon lange her. Ja. Und in einer guten, aventurischen Luft. Über ein Jahr her. Die Zeitlinie ist vollkommen verrückt. Aber du kannst ja putzige Namen malen oder so. Ach ne, lass lieber malen. Ja. Gut. Raus hier? So schnell wie möglich. Wollt ihr voran, falls du noch einen Tentakel-Schlurfer hast? Ja, können wir. Tentakel-Schlurfer. Das ist ein guter Name dafür. Gut. Dann den kürzesten Weg. Zurück zum Boot. Ja. Ja. Ja, der Rückweg ist derselbe. Ihr könnt natürlich noch rechts allerdings abbiegen. Und in einer der Räume tauchen, wenn ihr das wollt. Nein. Aber wir können ganz kurz beim Laufen die Kanope einmal kurz ins Wasser halten. Ja, das kannst du natürlich mal kurz in einer der Räume. Ich laufe einfach weiter. Ja, also. Wasser. Wasserwand. Ja. Ja. Plötzlich kommen Märkertz-Tage schon, wenn sie die... Psss. Was? Sie ist leer. Sieht nicht gefährlich aus. Was kann denn da schon schlimmes passieren? Der Schleim ist ein wenig eingetrocknet. Mit den letzten Worten. Ja. Was kann denn da? Was kann denn da passieren? Was kann denn da passieren? Na ja, gut. Ich muss es nochmal heiß machen. Ja, ohne Probleme schafft ihr es dann natürlich nach außen. Und kaum hat der letzte den Fuß rausgesetzt, steigt auf das Wasser wieder. Wofür? Genau darum haben wir gebeten. Was müssen wir mit dem Ding jetzt eigentlich machen, Ephraim? Erstmal hier wegbringen. Und ich denke, dann müssen wir uns überlegen, was das sicherste für die Kanope wäre, wo wir sie hinbringen. Ja. Ich hab da kein Angebot. Lass uns erstmal zurück zum Boot gehen. Ja, vielleicht hat auch inzwischen, sind vielleicht auch die Forschung, wie man das Ding am besten vernichten kann, ein bisschen erfolgreich gewesen. Ich weiß es nicht. Na dann. Auf jeden Fall weg damit erstmal. Handgalopp, die Richtung. Ja. Und den Bojen zurück? Ja. Und dann links? Genau. Bis zur Säule und dann heim. Ja. Ich drücke an den Bojen vorbei auf die Allee, also auf diese Wasserstraße, die zu der Säule führt. Mhm. Ähm. Ich könnte gerne eine Sinnerschärfeprobe machen. Ja, ich wollte schon die Kanope, 15 Minuten, äh, Forderwerk. Oh, oh, das sieht gut aus, ja? Nein, stimmt. Ich schaffe sie nicht. Ein paar Pfiffe. Ne. Ne. Guck, die ganze Zeit misstrauisch die Kanope. Ne. Ach was. Ne. Ne. Ich rudere. Ähm. Dann ist es, dann ist es tatsächlich, äh. Ja. Ich konzentriere mich auf Ruder. Lark, nochmal. Bitte? Ja. Dann ist es, äh, tatsächlich an dir. Wie, ähm, als hättest du es geahnt. Sorry. Ähm. Hörst du plötzlich. Runter! Ha? Als gute Soldaten machen wir das natürlich. Was? Und da schlagen auch schon fünf Armbrustbolzen vor euch im Wasser oder bohren sich in die Bordwand. Allerdings, äh, was euch auffällt, ähm, die schlagen dort ein, wo Ellenblick sitzt. Tja. Oder sich gerade duckt. Tja. Ja. Okay. Ähm. Ihr beide wisst, na, es dauert einen Moment, bis eine Armbrust geladen ist. Ihr habt eine kurze Verschnauzpause. Aber ich nehme mal an, da ist jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, ein Baum oder so, hinter dem man mal rudert kann oder irgend sowas. Ne. Ihr seid ja mitten auf dieser Allee. Ja, ja. Wir sind mitten drauf. Da ist nichts außer... Im Gegenteil, rechts und links könnt ihr im Nebel diese Bäume erkennen. Aha. Wo dann, wo sich vermutlich jemand verbirgt. Also das ist die beste Taktik im Grunde, weiter rudern, damit wir irgendwann vom Nebel geschnuckt werden, bis sie die mitgeladen haben. Na dann, ruhig halt schnell auf. Licht auf. Ja, du legst dich im Gerieben. Ähm, du legst dich im Gerieben. Du, du schätzt ungefähr ab und sagst jetzt runter. Äh, und auch jetzt wäre es da, einen kleinen Moment. Auch dann pfeifen wieder Armbrustbolzen. Auch wieder an die Position, wo Ellenblick sitzt. Dieser stürmt in dem Moment auch, oder schreit, ah, es hat mich erwischt. Mann, haben die gut gelöst. Du weißt jetzt wieder... Okay. Ich rufe weiter. Und ähm... Könnten wir das Licht ausmachen? Oh, sehr gute Idee. Du machst die Blindladerne zu. Ja, das habe ich schon mal gestreht. Aber lieber gehört auch nicht. So. Feuer ist gefährlich. Jetzt wäre wieder der Zeitpunkt, wo... Aber nichts passiert. Okay. Ich glaube, wir kommen jetzt klar. Ja, nichtsdestotrotz legst du dich eigentlich in die Erde rum. Warum wollen die dich umbringen? Wie gesagt, ich glaube, Sie wissen... Also, du siehst das tatsächlich, es ist nur ein Streifschutz, aber trotzdem ein blutiger Streben. Heilige Herren, bereich im Namen der süßen Herren Reier deiner Schwester. Möbelst du diesen Leib heilen, damit er stärkt noch, dass er mit deinem Bildbrunherrn... Ja, genau. Und der Tier runter. Genau. Beziehungsweise, ich kann es nochmal zeigen, der Punkt hier, das ist die Säule. Das wäre die Säule, die wir jetzt auch mit dem Boot erreichen. Wie viele Punkte bräuchten Sie? Nicht viele. Ich glaube, es war wirklich nur ein Streifschutz. Das ist eher ein kosmetisches Problem. Das kenne ich mich aus. Ich weiß. Es war auch mehr ein Überraschungsschmerzenschreier als wirkliche Pein. Sagen wir doch, wie es ist. Gerasima Magier sind voll die... Hey, er war immer in den schwarzen Landen. Ja, das stimmt. Aber so als Hauptmann... Gut. Ohne Probleme erreicht ihr dann auch wieder die Anlegestelle. Es ist natürlich Nacht. Was in einer Stadt wie Hawena keine große Rolle spielt. Am Hafen ist immer irgendwas zu tun. Ja. Bitten das Boot gut fest. Denke ich würden. Das langsam vorläuft wegen den Bolzenlöchern. Sie sind mir oder unsere Fersen. Sie stecken nur drin. Sie haben keinen Durchschlag. Wir müssen die Canope so schnell wie möglich in Sicherheit bringen. Und wo wäre sie in Sicherheit? Ich hätte eine Idee. Wir könnten sie in einer Feenglobule verstecken. Ja, das ist... Was? Da kommen Sie garantiert nicht hin. Wieso? Weil wir deine Axt als Schüssel benutzen. Das ist dann... Okay. Lass uns zurück... Das klingt so kompliziert. Lass uns erst einmal zurückkehren und dann können wir das noch einmal. Ja, 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 ja. Ja, Sie können das bitte mir erklären. Ja. Ich würde gerne meine Axt behalten. Nein, du behältst deine Axt. Aber mit der bekommen wir dann... Ja. Ich erkläre es dann. Wunderbar. Würde ich dann jetzt auch das Let's Play beten. Im Blick. Wenn du jemanden kennst, der unsere Erinnerungen irgendwie daran löschen kann, dann wäre die ganze Sache viel sicherer. Es würde Sinn machen, dass wir uns auf den nächsten Konz nicht mehr daran erinnern würden. Ach, naja. Der Kon, auf den wir uns hätten erinnern müssen, ist ja auch schon... Ist ja eh vorbei. Wir können ja retconnen. Also eigentlich haben wir uns die ganze Zeit gewusst. Aber es gab Gründe, warum wir nichts gesagt haben. Ihr habt gemerkt, es gibt ein paar Indifferenzen. Genau. Wir haben vermutet, dass da Verräter sind. Und deswegen haben wir so getan. Das wüssten wir von nichts. Ja. Gut. Ja. Das kleine Let's Play um das Kollegikum ist an diesem Punkt mal vorbei. Wir haben die Kanope geborgen, was ja auch tatsächlich Teil des Larps ist. Also sie wurde gefunden und geborgen. Dabei haben wir einen kleinen Ausflug in die Unterstadt gemacht. Mir hat es viel Spaß gemacht, für euch zu leiten. Vielen lieben Dank dafür. Ich hatte Spaß dabei durch die Schlecke. Ja. Ich hätte auch sehr viel Bass und Schleim gemacht. Vielen Dank an Florian, Reinhard, Moni, Max, Steffen, Iris, Mayri natürlich auch. Ja. Und natürlich vielen Dank an Nico, der das alles ertragen hat, wie ich hier von mich hinstammle und Leute quäle. Ja. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Gerne, gerne. Mal gucken, ob wir mal wieder was mit BSA 5 und rund ums Kolleg spielen. Außerdem verkleiden. Außerdem verkleiden wir uns gerne. Ja. Es macht immer Spaß. Wir werden vielleicht da was zu uns spielen. Das war's auf jeden Fall. Vielen Dank. Danke. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal, auch wenn diese Kombination vielleicht ein Beitlin wieder dauern würde. Das Schicksal wird entscheiden. Das Schicksal wird entscheiden. Das Schicksal wird entscheiden. Das Öl horas geht um mich weiter. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Donut laugh.